So, moin moin. Zum neuen Let's Play von uns beiden. Wir spielen Limbo. Ich spiele zum ersten Mal, muss ich es dazu sagen. Ich habe es bis jetzt auch nur gesehen. Also selber gespielt noch nicht, aber es sah ganz nett aus, wie ich finde. Genau. Hat natürlich keinen Multiplay-Modus. Wir spielen das hier abwechselnd, offline. Denn der Julian sitzt fast neben mir. Muss ich irgendwas machen? Ich stehe übrigens. Das ist quasi ein Blind Run. Müssen wir irgendwas machen? Äh, ja, das geht glaube ich schon los. Bewegt mal was? Ne, konnte ich nicht. So, achso, der wacht auf. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann mit dem Gamepad hier direkt spielen. Gibt es eigentlich keinen Ton? Ich höre nichts. Ich weiß es nicht. Du hast da sowieso nichts. So, ich spiele jetzt erst mal. Ja. Oh nein. Gamepad wird nicht erkannt. Das ist schlecht. Warum nicht? Tja. Mal schauen. Settings, Controls. Ich kann noch nichts einstellen hier, ne? Action Jumps, okay. Ja, sonst macht er doch einfach mit der Tastatur, oder nicht? Das ist ja assig. Ja. Na gut. Dann ist kein Abwechseln, oder was? Ähm. Julian kommentiert erstmal nur. Genau. Was soll ich hier denn machen? Rätsel lösen. Rätsel lösen? Ja. Dann kannst du mir, oh, ist das gut? Ich weiß es nicht. Da würde ich nicht runter. Spring da rüber. Ganz eng da. Ganz so. Okay. Das zieh ich mal dran. Mach das. Ist das gut? Ne, geht gar nicht. Doch, wieso? Ah, sehr gut. Ich habe Angst. Was ist das denn hier schon wieder? Ranspringen, ne? Ah, nein. Fail. Ah, Beine gebrochen. Nicht nur die Beine. Weiß man nicht, ne? Genau. Ja, sehr gut. Ich habe es auch drauf. Kann ich jetzt ein bisschen hier schwingen? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nichts in der Sache. Ich glaube, du sollst es einfach nur runter. Meinst du? Ich denke schon, ja. Klopp. Rüber da. Wunder Probleme. Ja, ich habe das auch fast kaum nichts, äh, fast, ja, kaum nichts, äh, fast nichts von diesem Spiel auch gesehen bisher. Okay, ich kann ein Boot fahren. Das ist doch gut. Ich finde, das Spiel ist ziemlich schlicht, aber dafür echt genial gemacht. Von den Farben her, naja, Farben gibt es eigentlich gar nicht. Der Hammer. Es sind nur schwarz und weiß. Oder ein paar Grausstufen. Naja, da hast du recht. Ich fahre mal schneller hier jetzt. Ach ja, das erste ist, glaube ich, noch ganz angenehm, das erste Level. Okay. Ich hoffe, ich habe es auch schon gleich geschafft, oder? Ah, ich komme nicht hoch. Versuch mal, das Boot zu ziehen. Ah, du hast hier. Du, der kennt das Level doch schon noch nicht. Ich spreche das doch gar nicht mehr, ich nehme mich her. Ich bin einfach so genial. Nicht schlecht, der spricht. Was ist das denn? Das ist mir ein dickes, äh... Ja, sie sind Spinnenbein. Spinnenbein. Ja, die kommen nachher auch noch. Spinnen? Ja. Aber ich bin nicht zu viel verraten, ne? Ne, ich kenne das wieder, das ist ja... Wie komme ich denn jetzt hier... Ah, sehr gut. Ganz einfach. Ich würde schon gerne mit Gamepad spielen, muss ich sagen. Joa, geht es so nicht auch? Das geht auch so super, aber dann können wir leider nicht abwechseln. Pass auf. Sehr gut. Äh... Rüberspringen? Nein. Jetzt sie ziehen müssen. Bitte? Jetzt sie ziehen müssen. Wer sagt das doch? Nö, ich wollte... Erstmal sehen, wie du das... ...st... ...bewerkstelligst. Oh. Herrlich. Ja, nur man muss ja auch mal zeigen, was passiert, wenn wir das alles sofort schaffen. Das ist ja langweilig. Ach, ist das größer? Wieso komme ich da nicht rüber? Oder kann ich das... Gute Frage. Wahrscheinlich, wenn ich das weiter hoch schiebe, dann... Zieh das mal hoch, genau. Hä, aber wieso kommst du denn da rüber und weil das andere nicht? Das müsste doch gehen. Ja, weil es hier ein bisschen bergab geht, glaube ich. Da geht's... Ach, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Oder kann ich das da reingeschieben? Ich springe einfach rüber. Mit ein bisschen Anlauf. Oh, sonst muss es ein bisschen größer. Ich glaube nicht, in das andere rein. Nee. Ha, wisst ihr? Sag ich doch. So, wir müssen noch nicht immer wieder von vorne beginnen. Nee, das wäre ein bisschen nervig. So. Kann ich da ran springen? Ähm. Oh nein. Oh Gott. Mal das Wespen oder so. Ich weiß, du musst die Bärenfalle holen und die da drunter packen. Sicher? Ja, und dann wird das doch festgeschnappt. Wie kriegt die Bärenfalle überhaupt hier soweit? Darüber? Darüber? Nee. Doch. Ach so. Ist da nicht noch eine? Ich weiß es nicht. Nee. Da kriegt es nicht hoch. Muss da noch eine sein, oder? Ich sehe. Vielleicht auf der anderen Seite. Da ist doch eine. Da liegt doch eine. Nein! Ach da. Ach so, ich dachte da wäre Wasser oder so, dass sie da nicht runter springen kann. Das wusste ich jetzt nicht. Die habe ich nicht gesehen. Sehr gut. Das finde ich aber auch so. Sehr gut. Ah, das ist nicht blendet. Es blendet etwas. Ah, ist doch cool. Äh, was erwartet uns jetzt? Gute Frage. Äh, da muss ich bestimmt reingehen. Oh nein, was fällt darunter? Oh nein, was fällt darunter? Kein Plan. Oh Gott. Lauf weg. Das war eng. Nicht schnell. Aber Limbo. Heißt der Junge Limbo oder woher kommt der Name? Keine Ahnung. Weiß das nicht, oder muss ich noch Limbo tanzen nachher? Stimmt. Kann natürlich auch sein. Was ist da? Ach so, ist nur Gras. Jetzt sagst du so leicht und gleich ist da immer eine Bärenfalle, die mich... Ja, eine Atombombe ist da. Haha. Ja, ist das eine Kiste, soll ich die mal mitnehmen? Ja, ich tappte aber ein Seil, ne? Ich glaube auch, aber... So, Wasser stimmst du oder so? Kann man nicht schwimmen, der Junge? Ne, er hat noch kein Seepädchen. Ist das zu produktiv, was ich mache? Klar, ich denke, du musst einfach nur hochklettern. Hm. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ne. Das bringt aber nichts. Okay. So, vielleicht? Ja, aber ich würde genau... Doch, das geht. Wenn du jetzt gleich springst, jetzt? Ja. Sehr gut. Ein wahrer Mario sei fast schon. Und jetzt? Und jetzt? Ha! Kommst du da rüber? An dem Baum? Oh, ist... Ist das... Was man... Ah ja, okay. Das sieht man immer so schlecht. Ja, stimmt. Aber... Das machen soll ja... Ich weiß. Aber musst du den Baum vielleicht kaputt machen? Soll ich den Baum... Meinst du da kann ich dran ziehen oder so? Schieben vielleicht. Ich weiß nicht. Okay, und jetzt habe ich da einen Floß oder was? Oh nein, sterbe ich? Ja. Meine gebrochen. Kann man mal machen? Oh nein. Oh nein, die Kiste. Oh nein. Fail. You failed. Ja. Geht das mir ins was? Ja, ich wollte mal schieben. Was Neues? Eben. Nicht immer ziehen. Sondern auch mal schön... So, wieder ein Stück hin hoch. Oh nein. Im Fernseher sieht das grau aus und auf dem PC-Bildschirm ist es... Ja, so hell, ne? Ja, komisch. Naja. Denn ihr müsst wissen, Julian guckt auch mal im Fernseher und ich bin am PC. Ich würde auch gerne auf dem Fernseher spielen, aber leider wird mein Gamepad hier nicht erkannt. Ist das nicht super? So. Was ist das denn da? Oh, da komme ich auch ran. Soll ich mal weiter gucken? Ja. Oh, ich trottel. Aber das ist auch nichts mehr, oder? Wenn du rüber springst? Ich weiß nicht. Weiter runter. Na, komm. Hopp. Und. Hopp. Und. Das ist irgendwas. Das ist irgendwas eingesammelt, oder? Das ist irgendwas SeeHz. Bis zum nächsten Mal.